Riese & Müller bringt für 2018 das Lastenfahrrad Pexta in der neuen, kompakten Variante Pexta 40. Das bedeutet 40 cm Ladelänge und ein Gewicht von unter 30 kg. Dementsprechend agil soll das Fahrverhalten sein. Die verschiedenen Aufbauoptionen ermöglichen unterschiedlichste Einsatzmuster. Die Kindersitzposition ist mit Blickrichtung Fahrer ausgerichtet. Gegen Aufpreis gibt es das Dual Battery Akkusystem für doppelte Reichweite. Auch als 45 kmh S-Pedelec kann man das Pexta 40 bestellen. Ausgeliefert wird ab September 2017, die Preise beginnen bei knapp 4100 Euro.